Bei mir im Wirtshaus trifft sich alles. Vom Bankdirektor, über den Straßenkehrer, über den Müllfahrer. Bei uns ist die zwischenmenschliche Kommunikation ganz groß. Unsere Firma ist ein Familienbetrieb. Der Wahlspruch von meinem Vater ist, klappt das in der Familie, klappt das auch im Betrieb. Ja, es wird mal gestritten, aber danach, in einer Stunde ist es wieder vorbei. Bei mir fängt der Tag um halb acht an und endet circa um ein Uhr früh. Unser Bier geht nur rund um Schornstein, circa 20 bis 25 Kilometer Radius. Klein, aber fein. Kein Wachstum ohne Grenzen. Wichtig ist, die Menschen mit unserem Bier glücklich zu machen. Sehr wichtig wäre, dass meine Kinder den Betrieb weiterhin führen. So einfach zwei Wochen Freibachen, das geht natürlich als Selbstständiger gar nicht. Ein reines Freizeit-Hobbich-Hobbich-Nicht. Ich bin mit meiner Bank zufrieden. Bei der Großbank ist mir die Nummer 3768 und bei der regionalen Bank kennt dann jeder. Ich hoffe, mein Traumberuf.